Mein Name ist Jérôme Luling und heute bin ich eine ganz besondere Überraschung an meiner Klänge-Sendung für Lützebäuisch zu lehren. Und zwar den Alexandre, jener Schüler von mir, an jener Loh berät, für mit mir eine Klänge-Quiz zu spielen. Die Damen und Herren, hier ist den Alexandre. Wenn du willst, da verleiht jetzt das Blatt von der Blumen. Und wenn du kein Blöder mehr hörst, dann wirst du verloren. Dann ist es ein Futter, ja. Nicht Futter, ich möchte es verloren. Okay, Futter. Okay, A wie Alexander. Ja, es sind zwei Klänge-Aen dabei. Okay, E wie Emily. Ja, oh, viel E-E-E-N, ja. Okay, N wie Nikola. Ja. T wie Theodor. Ja. M wie Mathio. Ja. Die letzten, das ist der Punkt, ja. Du brauchst den Nein, Schmutz. Okay. Okay. Wie viel Honig? Du brauchst nach all den Bläder. Du brauchst nach ganz gut. S. Ein S, wie, ja. Okay. U. Ein U. U. Ja. Du hörst es schon, probier da. Et, Us, E, Math. Okay, mehr, okay. Okay, J. Ja, als Otto. Okay. D. Ja. Den als Wichtig. Et, Mus, E, Math, D, Ne. Mede. Mede. Ja. Also das ist dann, mede, das ist ein R. R, C, ja, C, mede, D, du, ähm, den, ähm. Das ist ein Verb da, du. Was möchte ich mit dem, äh, I, I, ja, I, Sinn am Ende. Ein I? Ja. I, Sinn. Da fehlt nur noch zwei. Ja. Also, et muss in, maden, mede, dörsche, äh, danzen, äh, zet. Ja. Danzen, de, äh, do, zin. Ja. Das ist fantastisch. Et muss in, maden, mede, dörsche, ja, et muss in, maden, mede, dörsche, danzen, de, do, zin. Verstehst du dat, Alexandre? Wat bedeutet dat, ding am Ende nu? Ja, ja, mich hun, äh, ja, sprichwärde, äh, so ähnlich, äh, als ob ukrainisch oder russisch. Also, wans du, äh, fischen gehst, äh, et geht kein Fisch, dann äh, krebs als ein Fisch. Ja, haja, es ist ein bisschen so, et muss in, maden, mede, dörsche, danzen, de, do, zin. Am Sinn von, et muss in, äh, äh, dat Pest draus machen aus der Situation. Ja, aus der Karte, du, äh, et das Besse, ma der schlechten, schlimmen Karten gut spielen, wie, äh, em gedreint. Voilà, das, das dud, also, das, äh, schön, dat sprichwitner davon, da. Et muss in, maden, mede, da, da, da setzen, de, do. Voilà, Alexandre, dat war ja doch schon iets. Echt so,üt und mal smiling. Vielleicht tschüss, Alexandre, äh, was das Ding am Spruch? Äh, russisch. Ja, mich honn zwar, äh, zwei Sprüche an der Ukraine, also ukrainisch und russisch. Ich bin von der Ost-Ukraine, wo ich in Russland schwarz bin. Super. Und sind da wenige, was du zuletzt bist? Sind da wenige, wirst du halt? Ja, in einem engen Jahr. Aber ich schaffe es schon in den letzten Jahren zuletzt. All Respekt. Also du hast das super gelehrt. Und ich soll da vielmals merci, dass du den nächsten Krimat gemacht hast. Bis offen, dass ich geschwönen kann, ja? Merci, Chef. Au revoir, Alexandre. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, das war dein Alexandre. Also bravo, Awe Fritz ist dann du auch. Alles richtig. Dies ist der Allerbest. Annelo, Zeit für eine beste Party. Dance. Boogie on the land. Voilà, die Banone-Joub wird extra für den Alexandre-Büste gesungen. Wenn dir auch kein Enkel wird matt machen, dann bei seinem Quits, dann kontaktiert mich. Also ich sehe überall. Ich weiß nicht, kurz meine Adresse, meine Kontaktadresse. Also der fand die Exerzisse natürlich auf exerzisse.lu. Theorie fand er auf grammaier.lu. Meist sind noch auf facebook.com.com.lu.ling. Oder auf youtube.com.lu.com.lu.ling. Und die Bücher mit denen schaffenden sind die Verben-Tabellen auf Lötze-Boogie mit französische Übersetzung. 2017-Schwitzer auf Lötze-Boogie mit auch französische Übersetzung von der Schlüsselwärter. Und die Verben-Tabellen auf Lötze-Boogie mit englischer Übersetzung, die ich mit der Aktion Lötze-Boogie gemacht habe. und Heinz der Fandermisch auch auf AparTV, vielmals merci so, das war das schon jetzt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis hoffentlich geschwönen, Kaya, au revoir